Willkommen Trader in der neuen Handelswoche und der Besprechung von ein paar interessanten Ideen heute im DAX, im Dow Jones und im Währungspaar. Britischer Fund, japanischer Yen, da ging ja mit dem Ausbruch aus der Flagge, die wir hier besprochen haben, so richtig die Post auch ab. Gucken wir uns heute an, was hier jetzt auf uns noch warten kann. Das alles gleich live in den tickenden Charts. Vorher der Risikohinweis, in Gänse bitte zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit auch danke für die guten Morgengrüße hier an dieser Stelle. Ich sehe gerade mein Live-Video auf Facebook, scheint nicht richtig zu funktionieren. Ich hoffe, man kann es trotzdem sehen. Ja, jetzt sehe ich es wunderbar. Also, jetzt sollte man mich auch auf Facebook gut sehen und ich würde sagen, wir starten gleich rein in die Tagesvorbereitung. Zuvor noch der Hinweis, wer mag, kann an dieser Stelle natürlich wie jeden Morgen den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren lassen. Dazu bitte einfach hier bei uns auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Wir machen ja weiterhin das Doppelstreaming. Einfach Fragen stellen und rein in die Chats damit. Und dann kann ich gerne auch hier darauf antworten. Was machen denn die entsprechenden Tagesnachrichten heute? Wir haben es ja in der Wochenvorschau gesehen. Wahnsinnig viele Nachrichten gibt es heute am Montag nicht. Hier, gut, morgens gibt es immer die Indizes von Investing hier, wo ich meine Nachrichten auch immer hernehme. Die Tagesnachrichten, die Vorplanung, da gibt es ja diverse Webseiten. Und bei mir hat sich das irgendwie so angewöhnt, die Webseite hier von investing.com zu nutzen, um die Tagesvorschau auch zu machen. Die Tagesnachrichten, wichtigerweise heute eine Kleinigkeit aus Europa. Bei 11 Uhr gibt es die Industrieproduktion und aus den USA um 20 Uhr den Haushalt Saldo. Aber viel, viel wichtiger ist es, was hier letzte Woche an den Märkten auch passiert ist. Oh, man sieht oder ich sage, die Elena schreibt mir gerade, man kann mich nicht hören. Frage auf Facebook. Kann man mich auf Facebook hören? Weil ich sehe nämlich sowohl auf Facebook als auch auf GoToWebinar mein Mikrofon voll ausschlagen. Ich blieb mal kurz ruhig und warte mal, ob man mich hören kann. Aha, die Elena schreibt, Facebook ist okay. Auf GoTo kann man mich nicht hören. Ich prüfe mal ganz kurz nach. Im GoTo steht da, dass die Verbindung hergestellt wird. Also es scheint ein Problem mit GoTo zu geben. GoTo überträgt gerade keine Übertragung. Ich mache mal ganz kurz folgendes. Danke für die Geduld auf Facebook und danke auch für die Rückmeldung. Ich mache kurz nochmal den Facebook, den GoToStream zu und logge mich nochmal kurz neu ein. Beziehungsweise ich versuche mal ganz kurz den Ton nochmal umzustellen. Nein, GoToWebinar hat heute Tonprobleme. Ich bin mir nicht sicher, ob man mich jetzt hören kann, aber es schaut so aus, als wenn das GoToWebinar heute den Ton nicht macht. Ich schreibe mal ganz kurz eine Nachricht in GoTo. So, jetzt schaut es, als wenn es gehen könnte. Ich wäre nett, wenn ich mal kurz eine Rückmeldung bekomme von den Zuschauern auf GoToWebinar und dass ich dann weiß, dass der Ton jetzt geht. Ansonsten mache ich das Ganze mal kurz in der Unterbrechung. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter und wir bleiben jetzt bei der Tagesbesprechung. Also wie ich gesagt habe, die Termine sind durch. Nicht so viel gesehen, was letzte Woche für ordentlich Bewegung gesorgt hat, war die teilweise Einigung mit China, also zwischen der USA und China im Handelsstreit. Das hat einen ordentlichen Boost gegeben. Das haben wir ja auch gesehen. Mal schauen, wie es an den Märkten hier jetzt weitergeht. Wir wissen ja, dass solche positiven Nachrichten immer zumindest erst einmal kurzfristig ordentlich Schub geben. Und das ist das, was wir letzte Woche auch gesehen haben. Und das ist auch das, was wir uns jetzt mal in den entsprechenden Charts mit anschauen. Das heißt an dieser Stelle, wir blicken erst einmal hinein und gehen rein in den Dow Jones Industrial Average. Also die 30 größten Werte in den USA. Blicken wir einfach mal rauf, was hier passiert ist. Das sehen wir ja. Wir haben es gesehen, hier unten dieser Bereich etwas um die 26.000 Punkte Marke. Der war mal wieder gut für einen ordentlichen Schub nach oben. Und das hat so richtig Wumms gemacht. Und zwar sind wir hier von 26.000 auf 27.000 Punkte hochgelaufen. Innerhalb von zwei Handelstagen vom Tief aufs Hoch. Gute 1.000 Punkte in Dow Jones hingelegt. Eine feine Geschichte. Die Frage ist jetzt, wie geht es denn weiter? Was wir sehen ist schön ein intakter Kleiner hier. Der Aufwärtstrend ist da. Wir haben hier ein höheres Tief. Wir haben definitiv ein höheres Hoch. Das Hoch haben wir hier gehabt am Freitag bei 27.020 Zählern. Und damit sind wir auch genau in den Widerstandsbereich reingelaufen, den wir Freitagmorgen bei der großen Chart-Show auch miteinander besprochen haben, wo wir gesehen haben, diese Mark hier um die 27.000 Zähler im Dow Jones, die hat schon eine gewisse Relevanz. Und da ist der Markt eine ganze Zeit nicht einfach so drüber gekommen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was passiert denn dieses Mal? Potenzial haben wir sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen hier, ich gehe mal, um das Ganze auch anzuschauen, dann gleich noch in den Tagesschart hinein, weil diesen Schub nach unten, da haben wir auch nach oben hin im Stundenschart noch ein paar Anlaufpunkte, die durchaus dafür sorgen könnten, dass wir hier die höheren Level weiter auch mit anlaufen. Und zwar sehen wir, dass hier im Trendverlauf der Stunde, also bei dem, was hier nach unten gekommen ist, dieser starke Schub, dieser starke Schwung nach unten hier, der hat hier ein paar Bewegungshochs auch dagelassen. Und die haben wir hier drüben liegen, hier um die Marke von 27.126. Hier haben wir ein kleines liegen bei 27.191. Und hier oben sozusagen noch, also von diesem ganzen Schwung nach unten hier, haben wir was liegen bei 27.228. Das sind wichtige Faktoren, wichtige Marker. Und das sind halt auch immer die Swing-Highs. Wenn man sich das mal anschaut, hier sind wir bis hoch gelaufen, dann ging es runter, dann sind wir hier bis hoch gelaufen, dann ging es runter, und dann sind wir hier immer wieder hängen geblieben in der 27.000-Punkte-Range. Das hier ist wirklich nur was winzig Kleines an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz, es könnte durchaus für Beachtung führen, weil wenn wir uns mal diese kleine SKS hier anschauen, das war halt die Nackenlinie, das war das letzte High, was wir hier vorher gehabt haben, und dann gingen die Posts nach unten ab. Also durchaus haben wir nach oben noch das ein oder andere liegen. Auf der anderen Seite, der Blick nach unten auf die Unterseite sollte es tatsächlich zu einem Abprall kommen, der ist natürlich auch gegeben. Allerdings sind hier die Anlaufpunkte ein ganzes Stückchen weiter weg an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns da mal schauen, wir haben zum einen hier das Tagestief vom Freitag bei 26.538 Zählern und dann hier das Low bei 26.029 Zählern. Das ist hier auch ein Tagestief und wir sehen auch, das ist das Tief von diesem aktuellen Aufwärtsschwung an dieser Stelle. Und blicken wir jetzt noch mal rein in den entsprechenden, ja sag ich mal, Aufwärtstrendverlauf, der sich hier gebildet hat nach oben hin. Genau das sind dann auch wichtige Marker, die wir hier auch als gewissen Schwung sind. Hier hat es angehalten in diesem Bereich, das ist das Tagestief vom Freitag. Das ist schon interessant. Was Kleines haben wir dann noch hier unten drinnen am Low hier bei, wo liegt es, bei 26.000 knapp 400 Zählern. Also diese Punktemarke hier unten, die könnte im Kleinen auch noch relevant sein. Einfach weil es ein Swing Low von diesem Aufwärtsschub ist, was wir hier haben, wohlgemerkt. Aber in der Stunde, im Tag sieht es halt etwas anders aus, weil die Weiten halt so groß auseinander gelaufen sind und das hat halt die hohe Volatilität mitgebracht. Auch diesmal hat die hohe Volatilität halt einfach mal nach oben gewirkt. Das sehen wir hier momentan im Dow. Wie schon gesagt, zwei Wege sind offen, zwei Chancen sind offen. Der Markt hat hier weiterhin Potenzial, zur Oberseite zu laufen. Ein Abprall hingegen würde uns erst mal etwas weiter mit nach unten bringen und dann wieder, das ist momentan noch nicht so weit, aber wieder diese ansteigende Linie hier unten mit ins Spiel bringen. Mal schauen, was der Markt hier macht. Auf alle Fälle etwas für die Beobachtungsliste, wenn der Handel in den USA dann heute Nachmittag einsetzt. Vorher, vorher wird es tonangebend, wie es im DAX ausschaut. Wir gucken uns jetzt mal den deutschen Light Index an. Da geht die Haupthandelssession ja auch in ein paar Minuten los. Was haben wir hier gesehen? Auf alle Fälle mal, was das Thema Aufwärtsschub angeht. Die gleiche Richtung wie am US-Markt, nur etwas extremer. Wir haben es gesehen hier, am Donnerstag auch schon ein Schub nach oben da gewesen, aber der Freitag, der war natürlich der Knaller. Also wir sind ja Freitag hier im Tief gestanden, bei 12.162 Zählern und dann hat es den Markt hier, wenn man uns mal diese lange, lange Kerze anschaut, über 2% nach oben gehauen, auf 12.255 Zählern im Hoch. Das ist schon eine ordentliche Kerze, die wir hier gesehen haben. Und was in diesem Moment auch interessant gewesen ist, wir sind damit auch hier über diesen Bereich oben raufgelaufen, wo das Zwischenhoch, beziehungsweise hier dieses kleine Hoch an diesem, ja sag ich mal, Abpraller oben gewesen ist. Die Marke hier oben, das Level ungefähr 12.490 Zähler. Da hat er mal kurz drüber geschnuppert. Dann ist sozusagen den Käufern die Luft ausgegangen und der Markt hat hier nach unten abgesetzt. Auch hier, wenn wir zur Oberseite hinschauen, es ist nach oben hin definitiv auch noch Anlaufpotenzial vorhanden. Wir haben hier drüben noch zwei Marken liegen. Einmal die 12.600 und dann etwas höher hier die 12.659 Zähler. Das war das Hoch zur ersten Jahreshälfte. Das ist das, was wir auf der Oberseite immer noch mit als Chance zum Anlauf haben. Wichtig ist, wir müssen halt schauen, was hier oben am Freitags hoch passiert. Die 12.555 Zähler sind das so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Wir springen mal drüber. Dann heißt das halt, wir gehen vom Tageshoch von gestern, also vom Freitag nach oben rein, kriegen Stärke und dann haben wir gute Chancen hier, diese beiden oberen Punkte noch mit abzulaufen. Aber kommt es zur Korrektur. Einfach mal zu einem normalen Durchatmen. Ja, dann müssen wir uns auf der Unterseite, ja sozusagen orientieren. Und wenn wir da mal das Thema Tagestief vom Freitag nehmen, da ist schon viel, viel Weg nach unten. 12.162 Zähler ist das tief. Also da ist eine Menge, Menge Luft drinnen. Ob wir tatsächlich den Weg nach unten jetzt schon sehen, ich weiß es nicht. Das Thema China könnte hier durchaus noch nachhalten, weil eine gute Einigung würde dann möglicherweise auch das Thema Exportschwäche von Deutschland wieder etwas beruhigen. Muss man sehen, wie sich das Ganze mittelfristig auswirkt. Im kurzfristigen Bereich wissen wir aber, nach so langen dynamischen Bewegungen kommt irgendwann die Durchatmung. Und da müssen wir einfach schauen, wo wir hier den Weg nach unten haben. Und wenn wir uns das Ganze mal noch im Stundenchart auch anschauen, dann sehen wir hier, es war eigentlich alles relativ normal. Hier die letzte Bewegung hat auch schön in dem Trend angefangen. Und dann, bam, hat der Markt einfach hier, wann war es gewesen? Das ist hier die 8 Uhr Kerze gewesen am Freitag. Also der Freitag direkt auf und davon nach oben hin. Ein Wahnsinnsschub. Und das ist das, was wir jetzt sehen. So eine leicht nach unten trendende Gegenbewegung, wer sich das Ganze in den kleineren Zeiteinheiten anschaut. Hier, ihr seht, sie haben jetzt einen Abwärtstrend. Und wenn dieser sozusagen korrektiv federführend wird, dann hat der durchaus die Chancen, nach unten zu gehen. Und hier in den 15 Minuten, ja, da sieht man dann schon, dass der Trend hier erst einmal nach unten läuft. Aber noch ist hier der offizielle Handel nicht gestartet. Wir schauen mal, was der Tag macht. Wir haben auf alle Fälle hier im DAX Potenziale auf beide Seiten. Wenn wir diese Range, die wir hier oben haben, nach unten verlassen sozusagen, also dieses Stückwerk hier, kurz einen Augenblick, ich zeichne das mal ganz kurz ein, also diese mehr oder weniger Seitwärtsphase, die wir hier oben liegen haben, die haben wir dann schon, ja, als Range aktuell da. Und da ist es halt wirklich so, unten und oben sind wichtige Marker. Ich nehme mal ganz kurz noch diese Hintermalung raus, damit wir nur die Linien sehen. Also oben und unten sind wichtige Marker. Wir sehen halt oben raus will der Markt nicht so richtig, unten noch nicht richtig weg. Und das heißt an dieser Stelle, diese Range ist wichtig. In-Range Trading ist interessant, von oben nach unten oder von unten nach oben. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir innerhalb von Ranges sozusagen, ja, sagen wir, fair bewertete, teure oder billige Preise haben. Das ist ja allseits mittlerweile bekannt. Und das führt dann halt dazu, wenn die Preise zu billig sind, dass der Markt wieder Richtung Mittel läuft, wenn sie hier oben zu teuer geworden sind, und dass die Wahrscheinlichkeit gut ist, dass er auch wieder von oben in die Mitte läuft. Und wir stehen jetzt hier halt unten. Aber wenn wir sehen, ein Bruch, der nach unten kommt, wir sehen es ja hier auch schon leicht, leicht trendend, aber es ist halt immer noch die Seitwärts-Range. Wenn der Bruch durch die Unterseite kommt, wäre das die Einleitung für die korrektive Phase über die Preisseite. Und dann haben wir halt die Marker auf der Unterseite liegen hier, was hier noch rot ist. Dieser Bereich ist dann natürlich ein Support-Level. Und das müssen wir uns hier definitiv auch mit auf der Uhr halten. Das heißt, hier oben die Range. Und wenn es nach unten geht, wie schon gesagt, das Tagestief vom Freitag haben wir hier an dieser Stelle liegen. Und damit gehen wir noch zur Währung, britischer Fund, japanischer Yen. Ich hoffe, auch einige von den Zuschauern hatten das, ja, ich will nicht sagen Glück, wir haben es ja vorbereitet, haben ihre Setups entsprechend so vom Markt ausführen lassen, dass auch dieser Ausbruch aus dieser herrlichen Flagge sehr gut laufen konnte. Wir haben das letzte Woche miteinander besprochen, diese Flaggenformation innerhalb dieses nach oben trendenden Marktes, nach diesem starken Schub ja auch. Wir sind tief reingegangen. Hier unten am Support-Level haben wir direkt den Boden gefunden. Und hier hat sich etwas sehr, sehr, sehr Schönes abgespielt. Da möchte ich einfach noch mal ganz kurz in der Stunde drauf eingehen, bevor wir noch mal in den Tag gehen. Schaut es euch an, hier unten in Kleinen haben wir die Abwärtsphase. Hier haben wir schön gesehen, wie der Markt nach unten getrendet ist. Und dann ist hier unten passiert, der Markt hat angefangen, einen leichten Boden zu bilden hier unten. Dann hat er angefangen, leicht zu trenden. Und dann hat dieser Trend hier mit seiner Fortsetzung den Sprung auch geschafft, aus dem Kanal raus. Und dann ging die Luzi ab. Da war kein Halten mehr. Und dann sind wir einfach nach oben gelaufen. Und das ist ja auch das, was ich persönlich in meinem Trading auch immer mag, wenn ich schon mal weiß, wo wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch weitere Kauf-Orders liegen haben können. Und wenn wir wissen, dass das Ganze hier nach unten die Korrektur gewesen ist, dann wissen wir halt auch, alle, die hier short unterwegs sind, die haben halt ihre Absicherung mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo im Markt liegen. Spätestens hier oben. Also ich sage mal, so wie es ist, bitte jetzt, wer sowas macht, aus Unerfahrenheit hier oben keine Kauf-Order liegen. Spätestens hier oben setzt sich ein Aufwärtstrend fort. Und jemand, der nicht so verrückt ist und gegen den aktuellen Trend zu traden, der wird spätestens hier oben merken, okay, jetzt haben wir keine Abwärtsphase mehr. Im großen Bild hier oben setzt sich nämlich der Aufwärtstrend fort. Da hat man einfach nichts mehr mit einer Short-Position zu tun, wenn man diese Korrektur gehandelt hat. Weil wir wissen ja, spätestens dann, wenn das alte Trend hoch überschritten wird, ist die Korrektur vorbei. Und da hat das Setup nichts mehr drin zu suchen. Also wieder mal eine Flagge im bullischen Charakter in hervorragender Manier funktioniert. Da freue ich mich auch. Das ist ja das, was wir hier jeden Morgen auch im Fokus mit haben. Gute Trading-Ideen zu finden, gute Chartlagen, wo dann jeder seine eigene Situation mit reinlaufen lassen kann beziehungsweise seine eigenen Setups handeln kann. Und hier, hier haben wir es halt gehabt. Wir haben geschaut, was kommt noch. Und da haben wir schön die Korrekturhochs liegen gehabt. Und wir sehen es, mit diesem Schwung nach oben sind diese Marker abgearbeitet worden. Und da gab es immer wieder Kauforders, die da lagen. Und die nächsten Level auf der Oberseite haben wir ja auch da gehabt. Hier das Trend hoch. Dann haben wir hier noch einen Zwischenhoch gehabt bei 136,281. Und dann ging es weiter nach oben. Und zwar bis hier drüben rein. Da lag noch das nächste Level, was mit abgearbeitet wurde. Das letzte Korrekturhoch hier auf diesem Abwärtstrend. Da haben wir gehabt, das Ganze bei 137,792. Und dort oben dann, ja, dann ging die Luft aus. Dann war Korrektur angesagt. Und jetzt befinden wir uns in eben so einer Korrektur. Der Markt läuft hier nach unten. Wir haben es ja gerade in der Stunde auch gesehen. Und jetzt ist es halt die Frage, setzt sich das Ganze nach unten hin fort? Wenn ja, dann fallen wir hier unter diesen leichten Support am Ausbruch. Also hier diese blau markierte Linie bei 135,744. Das ist ja der Ausbruchsbereich hier oben. Und wenn es sich hier darum handelt, dass wir hier tatsächlich nicht abprallen, sondern erst mal drunter laufen, dann müssen wir halt schauen, dann ist der Weg erst einmal offen. Hier zum Tagestief vom Freitag bei 133,79. Beziehungsweise haben wir dann hier unten wieder das Support Level liegen aktuell. Das ist ja auch das aktuelle Trendtief. Hier unten um die Marke von 130,429. Das sind die Marker, die wir im Falle einer Korrektur tatsächlich auch da haben. Und dass dieses Währungspaar tief korrigiert, haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen. Das haben wir hier unten gesehen. Das haben wir jetzt hier wieder gesehen. Die Chance ist also da. Und was brauchen wir dazu? Ganz klar, wir sehen es dann auch der Stunde hier. Im Kleinen hat die Stunde schon angefangen nach unten zu trenden. Und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze fortsetzt, dann entsprechend auch die Unterseite hier mit anzulaufen. Und da sehen wir es ja hier schön. Dieser Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat. Hier unten ist sein aktuelles Korrekturtief. Das ist das Tagestief vom Freitag. Das sind die Marker, die wir nach unten hin offen haben. Kommt es allerdings zum Abprall vom Ausbruchslevel hier oben über den Tagestrend. Da gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Dann haben wir hier wirklich einen sehr, sehr, sehr starken Markt. Und dann haben wir direkt die Chance hier über dieses Hoch hier drüben, um die Marke von 137,8 zu laufen. Das nächste Zwischenhoch hier anzulaufen bei 138,324. Und wenn wir das geschafft haben, das ist dann für das mittelfristige Trading relevant, dann haben wir schon den nächsten ausschlaggebenden Punkt hier oben, den Widerstand bei 143,85. Das ist das, was wir hier aus der Chart-Historie sehen. Hier drüben war es von oben her ein Aufhaltlevel und dann sind wir halt drunter gebrochen. Und dadurch ist es jetzt zu einem Widerstand geworden. Hier die Marken im britischen Fund, japanischen Yen. So, jetzt schaue ich nochmal rein in die Chats, ob ich Fragen noch bekommen habe. Super, klasse Matthias, ich freue mich gerne, dass du den japanischen Yen auch mitgenommen hast. Das ist eine feine Geschichte. Fragen sehe ich jetzt hier momentan nicht. Das heißt für mich jetzt so kurz vor neun, allen gute Trades zu wünschen. Handel geht gleich offiziell los. Marktstadt hier damit gute Trades. Ich sage allen toi, toi, toi und bis morgen 38, wie immer live hier im Webinar der Besprechung der Handelsideen. Blog-Eintrag gibt es vorher. Also, bis morgen. Tschüss.